hallo meine lieben leute da draußen zu einer neuen folge tom clean sees the division ja wir wischen heute wieder mal ordentlich durch heute mal mit einem neuen spieler dark scorpion ist mit dabei hallo grüß dich ja hallo grüße zurück hello dr curry wo ist das mit am start und the tiger guten abend und wir haben uns vorgenommen heute mal zu viert lexington event center auf schwärmer eben durchzuraschen und das werden wir jetzt auch tun bm los geht's ja scheffelt ja ja dann mal los haben wir sie noch alle ja wir haben sie noch alle sehr cool das schwerste der geschafft ja genau der erste teil wäre geschafft sehr gut da mal rein da in die gute stube und die treppe hoch 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 und hier rein wunderbar die 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 Warum? Feinde nähern sich hier in Position. Da hinten hängt noch einer rum. Ah! Ah! Warnung! Weitere Feinde unterwegs! Schön, dass die alle an mir vorbeirennen. Wer? Wir oder die Feinde? Die Feinde hier! Ja, die haben sich bestimmt gedacht so, mhm, mhm. Der hat so eine schicke Kappe auf, den brauchen wir nicht töten. Ja, genau, der hat so eine geile, so eine geile Knarre. Wenn wir denen jetzt hier mal so richtig eine mitgeben, dann ist das halt nicht gut. Ja. Damit der Böse holt die große Knarre raus. Ach so. Hat einer das Kerlchen da unten befreit? Ja, ich. Genau, den haben wir. Vergess dich nämlich jedes Mal. Ja, den übersieht man ganz schnell, ne? Ja. Ja, jetzt stehen sie hier wieder alle an der Kiste an. Der Erste, Zweiter und Dritter. Wunderbar. Alle in den Aufstuhl, bitte. Ach ja. Die Geise wird auf der Dach ist gehalten. Sie müssen da aufräumen. Die, 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 die. Na, komm mal hier, mit dem Tekel zieht die Melodie. Wir haben's gleich. Fickt euch. Ich bin ein kleines bisschen tot. Aber jetzt gleich nicht mehr. Dankeschön. Wo brennst du denn? Wo brennst du denn? Wo brennst du denn? Wo brennst du denn? Okay. Dann quatsch ich den Typen da hinten schon mal an. Moment. Das ist ne gute Idee. So. Geister befreien. Komm mal mit, mein Junge. Ja. Was muss? Komm doch von da hinten. Nee, du musst nicht sterben. Komm mal mit der Mutti. Ja, komm mal mit der Mutti mit. Äh. Komm mal mit, du. Oh, jetzt dauert das ja wieder 500 Jahre, bis der Himmel am Start ist. Ja. Negativ. Wir machen das. Suchen wir sich einen nächsten Ort und bleiben Sie da. Das ist eine Fehltafel. Wartung. Feinde nähern sich ihrer Position. Oh. Ei, 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 ei. Da gibt alles klopprig hier auf der Tastatur. Wunderbar. Meine Leute gehen für den Sturm in Stellung. Wir müssten uns noch den Wartungszugang öffnen. Die Gebäudepläne weisen eine Sicherheitszentrale unten im Keller aus. Willst du den Busch abschießen, oder was? Ja, den kann ich auch abschießen hier, warte. Nee, geht nicht. So, auf Stuhl. Zack. Ja, sah so aus. Als ob du vor dem Busch stehst und schießt. Nee, stand ich da echt? Ich war doch noch gar nicht da. Ich war erst am Busch, als du das gesagt hast. Busch, was am Busch. Ja, aber Spor ist am Busch. Wolltest du mal Pipi machen, ne? Ja, meine Revier markieren halt, ne? Ja, so heimlich. Ja, heimlich, ganz offiziell. Okay, ich bin voll. Warnung, weitere Feinde unterwegs. Warnung, weitere Feinde unterwegs. Was ist die Maus'in Kind. Finsch, wasi ichbar? Schwer, Steink. ... Oh, oh, oh. so weit so gut sind unterwegs sie werden die halle auf ihr signal stürmen und das ist ja eine schöne scheiße schweinebacke ja nein das kommt Nummer zwei. Yes. Oh, das geht dann schon wieder hin, ja. Oh, bleib doch einfach stehen, dass wir schießen. Hier werde ich helfen, mir einfach als hier ein voll hinten zu kommen, so. Jawoll. Da oben geht noch einer hoch. Jetzt nicht mehr. Da ging einer hoch, genau. Schön. Ja, wir haben Ihnen das Rückgrat gebraucht. Ohne Anführung wird der Rest verfallen. Ich glaube, wir sind noch nicht mit denen fertig. Aber wenigstens können wir diese JTF-Leute wieder darauf ansetzen. Oh ja, meine Leute müssen leben und da draußen für die gute Sache kämpfen. Wir können uns keine weiteren Verluste leisten. Ich schulde Ihnen was, Agent. Spitzenjob. Nice. Perfekt. Das war ja mal eine schnelle Nummer. Eine schnelle Nummer, ja, genau. Das war mal eine schnelle Nummer. Shh, shh, shh. Shh. Cool. Zwölf Minuten. Yes, ja. Ja. Okay, perfekt. Wollen wir das Ganze denn jetzt auch nochmal auf herausfordernd machen? Können wir. So, wir haben 13 Minuten voll. Wir hätten jetzt, das war Lexington, ne? Ja. Ja, okay. Hätten wir dann nochmal, oh, warte, 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 warte. Lexington. Einsatz wiederholen. Herausfordernd. Schwierigkeit festlegen. Blitzreise. Bla. Wie Blitzreise. Jetzt brauche ich nicht, ich stehe schon da. Genau, wir stehen schon da. Ja. Da sind wir. Mit Trockenvideo macht man gleich, oder was? Nö, es geht weiter. Ich habe erst 13 Minuten, haben wir erst. Ich steile es dann nachher, ja? Nö, das kommt hintereinander. Es gibt niemanden, der LeRae Barrett ersetzen kann. Sie hat die Flucht nach Manhattan organisiert. Also jetzt aber zwei Videos für zwei Tage. Nee, ich habe ja auch schon das eine Video gemacht. Es sind immer so 30 Minuten, die ich mache halt für ein Video. Ich stehe ihn ein. So, hier, bitteschön. Da hast du's. Ach, da steht ja noch einer gegen drum. Genau. Und der versucht wegzurennen. Ach, die rennen immer weg. Alle Zweiklinge hier. Ich sag dir das. Unglaublich. Okay, der Typ wurde angequatscht. Wir können rein. Und wir gehen. Oh nein. Sie haben noch andere, wie Sie werden. Ich sage sie. Ich sage sie. Ich sage sie. Oh nein. Ich sage sie. Ich sage sie. Ich sage sie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 oder wahlweise auch in den Aufzug. Erster. Erster. Wir steigen jetzt mal alle ein in den Fahrzug. Letzter. Gehen wir durch bis hinten hin? Na klar. Bis hinten hin? Wo der Onkel sitzt. Bis oben links. Ey, haut der mich doch hier. Oh. Gehen wir weg. Gehen wir weg. Gehen wir weg. Ach, der Dicke wieder. Der kriegt doch einfach nicht genug, ne? Nein. Ja. Ja. Ja, komm her. Hey. Nicht auf mich werfen. Oh, sehr schön. Cool. Okay. Ja. Ja. Ach so, die kommen doch von da auch. Die kommen hier aus der Hütte raus, aus der Hütte raus und da platzieren wir jetzt gleich erstmal ein Böhmchen hin. Wenn ich wieder in den Busch schießen, ne? Da sitzt keiner. Da sitzt keiner. Im Busch sitzt immer einer. Und wenn ich in den Busch schießen kann... Nur wenn man in Köln wohnt. Ja. Und wenn ich vorher nochmal drauf pinkel. wirst du so... ... ... ... ... ... ... ... ... rausgeflogen kommen. Ja. Die Gebäudepläne weisen eine Sicherheitszentrale unten im Keller aus. So. Jetzt pinkel ich nochmal eben auf den Busch. So. Fertig. Alle da? Ja. Alle da. Super. Wenn das nicht~~~~ Det rache. Willkommen? Oh, das ist ja! Taa health太 musun? Ini erst malaksi. Das ist matters. Hör auf raus! Oh nee, nicht schon wieder der Dicke hier Ah, der Dicke ist hinüber Juhu, da ist er Ja, Überraschung Warnung, weitere Feige unterwegs Oh, schade Rüppchen, kannst du mal deine Heilung quetschen, bitte? Ja So, den Dicke haben wir auch Warnung, Feinde nähern sich ihrer Position Und dann geht's Ja 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 Den haben wir auch. Soll ich mir erinnern, wir sind ja nicht gut, oder? So, mal die Kiste hier anschmeißen. So weit, so gut. Meine Angriffsgruppe sind unterwegs. Sie werden die Halle auf Ihr Signal stürmen. Dann gucken wir doch mal. Ah, sind bestimmt dieselben wie eben. Ah, wunderbar, da ist sie wieder. Mhm. Nö. Ich hab hier mal da oben die Bude ein bisschen angezündet. Das ist gut. Wie sahen so flakalt aus? Eigentlich kommt der mal hinter der scheiß Kamera vor. Ja, komm Junge, du machst nicht mehr lange. Ja, sag ich doch. Sniper tot. Na los, drücken ab. Du hast nur eine schraubende Leitung mehr auf dem Haufen. Dämpfer weg. Das ist gut. Du bist noch flach. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ich sage, komm, du hast dicke Ladung. Die Alte ist hier gefangen, die kommt nicht raus. Ja, dann müsst ihr weggehen da. Da oben ist sie. Ist sie weg? Nee, die ist oben am Fenster. Die ist oben am Balkon. Hä? Das wäre dieser blöde Bug ist das. Okay. Die Karre kommt nicht runter. Ach, da hinten. Okay. Ach, da oben. Alter. Kommt man da hoch? Nein. Nee, ne? Nein. Können Sie das mit einer Sneakerbombe hochschieben? Mit so einem grellen Licht oder was? Der Zeiger hat bestimmt soweit. Moment. Weißt du aber lieber, ne? Ja. Aber du musst dir genau richtig, am besten, dass du von der rechten Seite knallst. jeder Ding rein. Dann musst du ein bisschen weiter weg gehen. So kommst du nicht rein. Dann musst du ein bisschen weiter weg gehen. Ah, klar, sowas haben wir doch. Aber die ist da. Warte mal, ich muss auf die andere Seite. Ja, du musst von hier rüber schießen. Ruhig stehe. Ich schmeiß mal ein paar Bomben da rein. Aber das bringt auch nix. Die Bomben kommen zwar da hoch, aber die kommt nicht raus. Ah, jetzt hat? Bewegt sie sich? Äh, ein bisschen hat sie gezuckt, ja. Wunderbar. Warte, ich werf nochmal rein. Ah, sie brennt. Zumindest brennt sie schon mal. Jetzt werf ich nochmal die Suchermine rein. Ah, scheiße. Ah, fuck, die ist hier unten gelandet. Kacke. Warte weg kriegt man die ja nicht rennen, oder? Nee. Von hier? Oh, blöd, ich renne mal ein bisschen weiter zurück. Leicht. Triggert die das? Ich hab sie getroffen. Ich hab sie getroffen. Aber es ist auch scheiße, dass man da nicht hochkommt, ne? Ja, das wäre mir jetzt so einfach. Ja, aber ich fände immer schön. Wenn die Alte da oben so festhängt, ey, ist das so kacke. Ach, dann ist ja alles Mist. Seeker mein rein. Warte mal eben. Tsch. 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 kriegst du so in der mitte vom vom ding ist genau hier am anfang von der leiter da hinten hier genau vorne oben musst du stehen hier genau hier oben da musst du zielen er zielt nur unten oder der ziemlich genau da muss immer von der anderen seite von der treppe probieren da wo das kopien entsteht ja ich guck gerade mal hier wo es geht aber der zielt nur hier unten oder ganz am eck vom 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 stein dahinten ist kämmern ah jetzt hat jetzt macht da was hat er jetzt ach fuck man kann ich bin blöd oder was weiß schon wo ich hinwerfen muss aber er wirft halt nicht dahin er hat mir angezeigt dass er da rein geht aber da war dieses scheiß schild im weg und dann ist er da abgebauen ist so ganz doof bin ich ja nun auch nicht kacke jetzt habe ich auch keine granaten mehr nix jetzt fickt doch die hände die alte muss man doch irgendwie hier wegkriegen können kann ich hier oben auf den fernseher springen nein jetzt warte mal jetzt habe ich eine idee man kann auch nicht auf die obere balustrade da wo die sitze hier oben ganz rechts und links sind scheiße okay dann machen wir was anderes jetzt geht er hoch röbchen röbchen jetzt geht er hoch man willst du mich jetzt von der seite von der seite von der seite so wo ist die alte hinten rechts ja da hängt jetzt genau ein ding vorne ja da hängt sonst scheiß teil vor ja aber da hängt jetzt von der sicht die ich habe sonnen licht teil runter und das hängt mir genau vom vom von vom 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 gesicht so weit kommt sie eh nirg mit deinerłościper bomb ne ja mit meiner sniper aber die alte hängt dahinten wo können wir denn hier noch höher Und wo hast du geschossen? Von ganz hinten. Von wo? Ja, von hier hinten. Von hier, guckst du, hier hoch und hier hoch. Und da hängt dir halt so ein Lichtteil davor. Wenn du hier mal hochkommst und du willst da hinten hin snipern, da hast du halt dieses scheiß Lichtding vor dir. Ey, das gibt's doch nicht, dass man nicht da hinten hinkommt. Ich geh kaputt. Was ist das denn für ein scheiß Bug hier? Das ist, wenn wir zu schnell, wenn wir zu schnell und die die Türen vorher nicht. Dann haut'n die ab. Wie ätzend. Wo steht die denn? Ja, irgendwo da hinten drin. Links, oder? Ja, links. Jetzt treff' Hexer. Hier musst du hier stehen. Und dann kommst du mit der... Ich kann's da umlegen, aber nicht uns alle. Wir sind ein Fluss. Achtung, neue kommen. Wer kommt? Neue. Achso. Warte mal, schnell umstellen. Okay. Okay. Warte mal, woher kommen die denn? Das war vorne. Ja. Ich schieß nochmal auf die alte Kuh. Ich traf's nur nochmal. Shit. An ihm. Wenn du hier stehst, kommst du rein. Und genau... Genau in die Ecke. Oben. In die Tür rein. Links. Ganz knapp in die Tür. Siehst du? Dann deuschtet die auf. Und wieder getroffen. Ich glaube, ich habe eine Seeker-Minder hochgekriegt. Nee, doch nicht. Scheiße. Ich hab fast hier ein Schild unten. Ja, ja. 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 Mit Geduld und Spucke kriegen wir die schon. Das gibt's doch nicht. Echt krass, oder? Ich muss höher. Mal gucken, ob das hier klappt. Jetzt habe ich's. Ja, geil. Wie hast du das denn jetzt gemacht? Bitteschön. Ja, ich bin hier hoch. Und dann von hier aus. So lange hier zielt, bis der Rot aufgeleuchtet hat. Und dann habe ich den Pass. Und dann haben wir ihn lang verbraten. Mann, Mann, Mann. Da haben wir den doofen Trutern gebraten. Leck mich doch am Arsch, ey. Jetzt aber raus jetzt. War aber lang genug hier. Krasser Job, ey. Richtig gut. Ich kann den Raum nicht mehr sehen. Nee, ich auch nicht. Krasser Job. Richtig gut. Geil. Ja, das war jetzt doch ein bisschen länger, als eigentlich erwartet, meine Lieben. Aber es war erfolgreich. Dank the Tigers. Ja, dank deiner Möglichkeit herauszufinden, wie man die alte denn noch schnatzen kann. Haftgranate. Sehr, 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 sehr gut. Cool. Vielen, vielen Dank. Leider habe ich so eine Motz drin gehabt dafür, sonst wäre sie noch schneller tot gewesen. Das geht auch so. Egal. Aber wir haben ja gesehen, dass man sie auch so töten kann. Hauptsache, die hat ins Gras gebissen. Ganz genau. Und ich kam aus dem Raum raus. Ja, richtig. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank für euren Support heute. Und es hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich habe gesagt, ich werde die Folge jetzt mal hier beenden. Fast 45 Minuten lang. Und wir sehen uns dann in den nächsten Tagen irgendwann wieder in Division. Entweder mit mir alleine oder mit hier ein paar von den Jungs. Jut, gut. Wo wir miteinander zocken. Und es hat mir super viel Spaß gemacht. Und ich hoffe euch auch, meine Lieben. Ja, war super. Tschüss. Bis dann. Guten Tag. Tschüss. Tschüss Sikowski. Ja, tschau, tschau. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.